Musik Guck dir mal diese Masse an, Polizei an Wo denn? Ja, bei der MVU So, ja, überall, ey Wollen allen Seiten, kommen sie ran Den einen habe ich schon abgebrochen Felix? Ja? Türöffnung Wollte ich gerade sagen, das ist bestimmt eine Türöffnung, ne? Das wird nicht nur eine, das ist eine Ja, dann mal hier, Jungs, geht mal auf die Eins Bei der kann ja auch ohne Notarzt, dann nutzt der mit Ihr könnt zurück zur Wache Ihr könnt da rein HLF hat Platz zum Na, wo fällt dein HLF denn lang? Ha, ha, ha Türöffnung Mach deinen Notarzt mal weg Wo denn? Ach so, ja, da parkiert ein bisschen, ne? A little bit Ah ja, guck, guck Tiefix Axt Hallo? Ich kann doch nicht reingehen Warum nicht? Weiß ich nicht Mach mal die Tür kaputt Ja, das ist kein gemoddetes Haus Das geht nur mit Oben die Häuser Am Häuserblock musst du mit Tiefix machen Die Häuser hier unten musst du mit der Axt aufmachen Okay Weil das ist halt noch ein Emergency 4 Haus Weil ich hatte auch keine Meldung bekommen Von wegen Die Tür ist verschlossen Wir müssen sie öffnen Also Zustand Kein Notarzt Ne, kein Notarzt Ja, hallo Ist den hier passiert Der fühlt sich wohl Wer? Wer fühlt sich wohl? Der, der Patient Der braucht keinen Notarzt Der braucht keine Drogen Notarzt ist ja auch nichts besseres als Ein Drogenkurier Bezahlter Drogenkurier Ein gut bezahlter Ein gut bezahlter Ein gut bezahlter Drogenkurier Jo, und jetzt? Ich könnte ja mal den Befüllvollgang von meinem Harlef in der Zwischenzeit mal stoppen Und das habe ich noch in Zwischenzeit in aller Ruhe auf dem Hoch betankt Und Ich finde das ist immer das Geilste Nach dem Einsatz Irgendwo das Fahrzeug wieder auftanken auf dem Hof Und irgendwelche Interessante Gespräche führen Feuer fahrlässig Im Parkhaus oder was? Nö, nö, nö Das ist ja nur der Busch Oh Gott Oh Gott Ich hoffe, die haben das Auto rausgemoddet Es gab ein Auto, wenn es im Parkhaus explodiert ist Brandte bis Straßenbahnlinie, alles Das ist doch gut Naja Haben wir was zu tun Aber Harlef hat ja keine Ausrückezeit gehabt Schnellangriffseinrichtung Oh Gott, das Feuer brennt sich aber rasend aus Wenn du irgendwas brauchst, sagst du Bescheid, ne? Soll ich das übernehmen? Super, ich hab kein Ah Nö, die Amtshilfe Drehleiter Kann ich noch fahren Drehleiter ist draußen Ja, Amtshilfe Drehleiter übernehme ich noch Okay Ähm, wusste man RTW? Irgendwie sehe ich nur den Schatten von Hä? Egal Ich will gar nicht erst auswählen, das Ding Möchtest du löschen? Da brennt es ein bisschen Also es wäre freundlich Würde mich sehr freuen, wenn du die Kacke mal löschen könntest Wo denn? Ja, mein netter Herr Eingriffs-Trupp Wo ist denn meine DLK zur Amtshilfe? Ich hab so ein bisschen meine Drehleiter verloren Echt? Ach ne, da fährt sie Er verliert sein RTW, ich verliere meine Drehleiter Ich finde das ist auch ziemlich schwer Fahrzeuge Im Auge zu halten, die blinken und rot sind Und auch noch Krach machen, das ist ja das Schlimmste Die machen ja richtig Randale, die Fahrzeuge Brandausweitung aufs Parkhaus konnte verhindert werden Aber ich hab hier irgendwie schon voll Cooldampf jetzt, ne? Aber ich hab immer einen Cooldampf Du auch? Was mit deinem Verletzen da oben? Ich dachte, den fährst du Nee Ich dachte, ich soll Ich hätte dich jetzt angeboten für die Drehleiter Weil du jetzt zwei hattest auf einmal Ja, hier hab ich irgendeinen Nee Ja, krieg ich wohl auch noch gefallen Jetzt erstmal hier Detach Und Rinder Was ist das denn? So, das lebt noch, das etwas hier Ist aber notarztfähig Äh, ich seh meine Fahrzeuge nicht mehr Was ist das denn jetzt? Alle? Nee, jetzt sind sie ein paar wieder da Das hört gleich wieder auf, Felix Das hört gleich wieder auf Ah, jetzt sind sie wieder da Das hört gleich wieder auf, keine Angst Fährst du? Ja, ich fahr Ich glaub, Bereitstellung brauch ich nicht gehen, oder? Kein Personal für das TLF Wieso, der RTW ist da drin? Egal, nimm ja alles mit Wo war das Feuerchen denn? Hier, da Ich glaub, Schwimmbad, oder? Nö, ein Stück weiter unten Oha Brennt schon fast der ganze Wohnblock Der RTW hier kann abrücken Sie werden nicht mehr benötigt Und ein Streifenwagen, bitte Unklare Todesursache ziehen Sie die Polizei hinzu Aha Ich war's beim Suchen Wenigstens der Notarztfreiung kann jetzt sinnvollere Arbeiten aber arbeiten Notarzt? Achso Als irgendwelche komischen Morde Oh, leck mich, ey, dieser scheiß Müllwagen, ne? Der geht mir so auf den Sack Ich kann mal ganz genau denken Wieso gerade die den genau da hingesetzt haben, ey Damit du nur von einer Seite in die Straße kommst Soll ich den Abschlepper vorbeischicken und den da weg machen? Ne, ich hab jetzt ein paar Teile außenrum durch Omas Vorgaben gelegt da Guck mal, hier steht ein Streifenwagen, so Und dann macht das Ding da weg Ding wird weggemacht, Felix Na klar Kannst gleich in Ruhe wieder rumfluchen Eins Meter Oh Gott, hier sind so viele Büsche Ihr müsst vorher ankuppeln, bevor es im Feuer läuft, Jungs Sonst wird das nix mit dem Wasser Sind die so übereifrig? Ja, die sind gerade so am Verteiler vorbeimarschiert Na gut, klasse, Mann Wir werden schon merken, dass es Feuer warm ist Ein böser Foren-Admin Eieiei Fahrzeug 35 So, jetzt kommt der spannende Teil der Aufgabe Wir suchen einen Mörder Hala, meine Fahrzeuge sind wieder da So viele verfluchte Büsche Aber ich kann sie nicht anwählen Hier gibt es nix zu sehen Oh, die muss ja auch noch fahren Felix, mach ne Alarmstufen-Erhöhung Wieso? Dann kannst du dein Telefon ausrücken lassen So, ne, ich fahrten wollte gerade nur hier, ähm Warte Ich hab mich gewundert, dass ich meine RTWs nicht mehr anwählen kann Obwohl die diesen blauen Kranz haben Wenn die desinfiziert werden, haben die diesen blauen Kranz auch nicht mehr, oder? Meine, äh, doch Ich warte einfach einen Moment Weil beide RTWs Eins, äh, Feuerwehr-Biberfelder, eins, RTW-1-Desinfektion abgeschlossen Ah, gut Dann werden die wohl wieder beide auf der Defektion sein Ja, schön Bindesknie Festnahme So, Abschlepper kommt für den Müllwagen Jo Mach ja mal Platz, ne Steht sich jetzt im offiziellen Halteverbot Watson, ich habe eine Waffe gefunden Wow, der dritte Busch Ist irgendwo auf der Karte gekennzeichnet? Ich weiß nicht, ich such grad schon ab Ich hab'n Verdacht, Gewerbepark Wo denn? Gegenüber meiner Feuerwache da Okay, wo kommst du dazu? Da war grad was auf der Karte Und dann war's auf einmal nicht mehr Einfach abwarten, wo die ersten verletzten fallen, ne? Ja, der Besoffene steht jetzt direkt von meiner Halle, ne? Ich kümmere mich gleich drum Oder ist das der Böse? Ne, das ist ja gar nicht der Hä, was macht denn Das leuchtet einer von meiner Wache rum Egal So Felix, verletzt? Ja Ich wollte grade schreien, da oben liegt jemand Aber das ist Das ist das Mordopfer Ist ne Minute so lang? Manchmal hängen die auch irgendwo in Autos drin Oder so Und können sie nicht bewegen, ne? Aber das ist das Mordopfer Ja wäre das Mordopfer Ist ja dit shove Also irgendwo Ich